Das Infoteam der Bergbahn Kitzbühel betreut täglich Interessierte und Informationssuchende im Skigroßraum Kitzbühel und ist auf den ersten Blick an der Infoteam-Uniform zu erkennen. Wenn das Skigebiet morgens öffnet, sind die Mitglieder des Infoteams an der Talstation der Hahnenkampbahn anzutreffen. Dort versorgen sie die Wintersportler multilingual und topaktuell mit allen wichtigen Informationen, die für den perfekten Skitag benötigt werden. Schnee- und Wetterverhältnisse, Lift- und Pistenstatus, Ticketpreise oder Infos zu den zahlreichen Skihütten und Event-Highlights. Der offizielle Infopoint am Berg befindet sich direkt neben der Ochsalmbahn auf der Ehrenbachhöhe. Bis 16 Uhr kann man das Infoteam vor Ort und auf den Pisten zwischen Hahnenkamm und Pengelstein ansprechen. Auch das Pistenrettungsteam wird im Skigebiet vom Infoteam unterstützt. Sie kümmern sich bestmöglich um die Erstversorgung von Verletzten sowie die Begleitung und Betreuung von Patienten und Angehörigen. Natürlich gehören auch Gästebefragungen zur Zufriedenheit im Skigebiet zu den Aufgaben des Infoteams. Die Bergbahn Kitzbühel optimiert somit laufend ihr Angebot für uneingeschränktes Skivergnügen. Kitzschi ruft, wo der Winter am schönsten ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.